Willkommen bei Janos Moratti bei der exotischen Pflanzen zu vermehren und wie es weitergeht und bei der heimischen Sachen zu vermehren und wie es weitergeht. Schaut in die Videobeschreibung, da steht Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Twitch, TikTok und schreibt es mir gerne in die Kommentare und schaut Kanalinfo vorbei, da steht mein Alter und mein Geburtsdatum. Da steht Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, TikTok und heute machen wir die Paprika, die Chilis und die Paprika umdopfen. Jetzt haben wir da gerade mit Hornspinne, Dämpfe. So, dann hat das, die Chilli kommt jetzt dran. Jetzt haben wir die Blätter, was da unten sind, weg. Wegen eine Gruppe. So. Da ist ein Blatt abgebrochen, macht aber nichts. Jetzt wachst du wieder danach. Desweil wird wieder kuschig. So. Fertig. Etikett hinein. Fertig war die Geschichte. Tschüss Leute, abonniert meinen Kanal, daumen hoch, schaut in die Videobeschreibung, schreibt es mir gerne in die Kommentare, schaut Kanalinfo vorbei und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.